Und damit willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart wie CTGPR. Heute das nächste Update, das ist Update 1.3.1118-2, das war jetzt im Kopf aufgesagt. Und das ist auch richtig, na immerhin, wenigstens habe ich das richtig gesagt. Nein, wir wollen heute keinen Wettkampf zocken. Äh, wir gehen natürlich wieder auf eine Strecke zurück, denn wir fahren heute eine neue Strecke und drei Update-Strecken. Und ich nehme, ach komm, nehmen wir heute mal Mi, den Mario Mi, den Mario Mi. Let's go. So, und dazu, dazu, guck mal, da steht Mi ganz groß dran. Also, nehmen wir dat, nehmen wir dat. Mit manuell natürlich. Und dann suche ich die erste Strecke raus. Übrigens, wir haben heute zwei letzte Versionen und eine brandneue Version von den Update-Strecken. Part 7, Royal Raceway vom N64, hat eine 1- bekommen und eine brandneue Version. Die Strecke wurde zudem auch in Mario Kart 8 gemerkt, was ich in dem Part nicht gesehen habe. Weil die Mario Kart 8-Version komplett anders aussieht, als die N64-Version. Auch das Publikum sieht das sehr, sehr nice aus, auf der Tribüne. Und an sich, ich kenne die Strecke gar nicht mal. Ich bin gerade am überlegen. Ich bin gerade wirklich am überlegen, aber ich glaube, die Strecke kenne ich nicht. Das war doch diese Marius-Piste. Aber Moment mal. Die wurde doch schon auf der Wii-Gü... Ne, das ist doch eine andere. Hat nur Ähnlichkeiten. Okay, hier kann man drüberspringen. Oh ja, komm, Steine runter, das ist ja cool. Upsala. Dann will ich sagen, let's go. Wie gesagt, brandneue Version. Das heißt, ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und hoffe auf neue Texturen. Und generell, gucken wir mal. Oh ja, oh ja, das sieht hier schon mal ganz anders aus. Aha. Also, komplette Texturen, alles umgeändert. Der Turm ist anders. Es ist alles umgeändert worden. Links der See, es ist komplett umgebaut worden. Was ich schon mal sehr, sehr schön finde. Vielleicht sieht das jetzt mehr nach Mario Kart 8 aus. Das könnte natürlich möglich sein. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und ich bin auch gespannt, wie es jetzt mit dem Mi läuft. Okay, es ist ein scharf driftenes Bike. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe mit einem weit driftenen Bike jetzt eher gerechnet. Also, ich muss ehrlich sagen, ich sehe hier diese Mario Kart 8-Strecke immer noch nicht. Da wurde Mario Kart 8 alles so umgeändert. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Ähm. Finde ich ja auch immer gut, wenn solche Strecken immer komplett geändert werden. So, das hier kennt man zum Beispiel aus Mario Kart 8. Das kennt man. Dann hier. Gut, das kann man, denke ich mal, nicht anders machen. Vielleicht hätte man dann eine Kanone trotzdem hinsetzen können. Dass es wenigstens den Anschein hat, dass da irgendwie, ja. Ich fände da eine Kanone ganz passend. So, hier diese Kurve kennt man zum Beispiel aus Mario Kart 8. Ja. Und auch die Kurve da hinten. Okay. Also, ich finde es sehr positiv, dass hier alles umgeändert wurde. Äh. Eigene Texturen mit reingenommen wurden. Also, die Strecke sieht eindeutig nicht auf der offenen N64 so aus. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Obwohl ich nie Mario Kart 64 gezockt habe. Oder vielleicht nur, kann ich mal, kann sein, dass ich jetzt mal angezockt habe. Glaube ich fast, ja. Aber, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Weil das hier rechts zum Beispiel dieser Turm, das war so ein komischer Pilzturm in, äh, ja. In der vorherigen Version. Daher, wir sind schon in der zweiten Runde. Ich muss sagen, die Strecke hat eine 1 plus verdient. Weil halt einfach alles umgeändert wurde. Vorher war es eine 1 minus. Daher, das passt, das passt. Also, ich muss auch sagen, dieses Bike lässt sich trotzdem nicht so gut steuern. Es ist ein paar scharf driften, was ich gut finde. Aber irgendwie, es ist sehr schwerfällig. Vielleicht, weil, mein Mii ist halt auch ein schwerer Charakter. Äh, da ja, ja. Hier, zum Beispiel hier, komme ich irgendwie komplett raus. Äh, vielleicht wird ich im nächsten Port mal wieder einen leichten Charakter fahren. Mal gucken, mal gucken fürs Weihnachts-Update. Weil dann kann ich die Strecken noch mehr genießen. Genau, stimmt. Würde ich auch nochmal ansprechen. Im nächsten Part gibt es das Weihnachts-Update. Beziehungsweise die nächsten zwei Parts dann. Nächste Woche Dienstag und Donnerstag. Wenn alles klappt. Ah, freue ich mich sehr drauf. Weil da gibt's... Also, in den zwei Parts werden wir insgesamt fünf neue Strecken fahren und fünf Update-Strecken. Und da ist ein Part werden wir verbringen mit zwei neuen Strecken und drei Update-Strecken. Und den anderen Part mit drei neuen Strecken und zwei Update-Strecken. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich freue mich drauf. Und jetzt sind wir tatsächlich noch zweiter geworden. Dank dem Stachy-Panzer. Danke, Stachy. Danke, 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 danke. Naja. Schwamm drüber. Auf zur nächsten Strecke. Ach, wie ich gerade da geguckt habe. Nee, nee, nee. Wolf Car the Ground. Sind wir erst vor wenigen Parts gefahren. Die hatte nämlich eine brandneue Version bekommen. Jetzt hat sie eine letzte Version bekommen. Und ja, dementsprechend fahren wir sie jetzt so schnell mal. Ursprünglich sind wir damals in Part 19 gefahren. Und ja, gut. Das ist halt... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Sind wir, wie gesagt, erst gefahren. Ich glaube, ich, oder? Oder verwechselt. Nee, die Strecke verwechselt ich gerade. Bin ich mal auf die Strecke gespannt. Da läuft einfach ein Gumbay herum. Da kommt mir das nur so vor. So. Hier gibt es ein Wolfsgemäde. Und hier eine Wolfsstatue. Der könnte die Strecke gemacht haben, soll ich sehen. Ah, das ist schade, dass hier so eine Säule ist. Okay. Was ist das hier? Da bin ich mal gespannt. Man kann einerseits hier rechts langfahren. Dann ist dieses Loch da gar kein Problem. Ja, die Strecke hat von mir eine 2 plus bekommen. Und ich habe schon im Intro gesehen. Es gibt keine Änderungen. Und es sehe ich keine Änderungen. Also von daher gibt es auch keine Anblendung. Ja, was war so ein bisschen problematisch? Ja, es gab so ein paar merkwürdige Stellen. Läuft hier gerade alles so ein bisschen in Zeitlupe? Kommt mir fast so vor, als wäre das gerade hier Zeitlupe. Oder lag das vielleicht daran, dass ich meinen Part, um zu sehen, welche, 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 welche note ich gegeben habe, dass ich da auf zweifache die Spinnigkeit geguckt habe. Das kann natürlich auch sein. Okay, jetzt wollen wir mal hier mal ein bisschen abgehen. Aber warte, hier, die Höhle ist neu. Die sieht neu aus. Draußen sieht alles gleich aus, aber hier sieht es neu aus. Vielleicht kann ich nebenbei hier so ein paar Vergleiche einbinden. Ah, das sieht schöner aus. Oh, und man kann jetzt hier drüber so fahren. Das finde ich auch cool, weil sonst ist man da immer abgeprallt. Okay, hat sich doch einiges geändert. Oh, ein Blitz. Ein Blitz, weil ich so schlecht war. Auch hier sieht es anders aus. Also anfangs sah es gleich aus, aber jetzt hier ist... Okay. Vielleicht habt ihr am Anfang direkt auch eine Einblendung bekommen. Vielleicht. Oh, ich bin doch... Ey, diese Runde fahre ich aber ganz schlecht. Aber ganz, ganz schlecht. Was ist denn da los? Los, beschleunige doch mal. Sack ich. So, gib mir einen Kuh, Willi. Ja, hier sieht es auch jetzt als die Strecke... Hier sieht es halt alles gleich aus, aber ich dachte, ich... Ja. Aber vielleicht gibt es hier auch irgendwelche Änderungen, die ich nicht geblickt habe. Oh. Ja, immerhin schon mal 10. Lass mich hier nicht... Oh, geht auch noch. Darf ich auch mal jetzt hier mal nach vorne kommen? Das wäre sehr freundlich. Äh, ja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Zur Strecke, zur Strecke. Sie ist viel besser geworden. Tatsächlich. Ich möchte da die Abkürzung nehmen. Darf ich aber nicht. Äh, hier die Stelle finde ich vielleicht noch ein bisschen doof, weil man da auf jeden... Gegen die Wand so kracht. Das ist halt... Ah, ha, ha, ha. Zu kurvig, zu kurvig das Ganze. Aber sonst ist es auf jeden Fall schöner geworden. Ich denke mal, ich würde sie von einer 1- hoch auf einer 1. Ja, genau. So ein paar Korven, die gefallen mir halt noch nicht so. Wenn man da einfach hängen bleibt. So. Und hier war das Problem, dass... Okay, man kann es jetzt zumindest sehen. Könnte man sonst nicht sehen. Und warum bin ich jetzt plötzlich weiter? Okay, cool. Baby Peach, mach dich da vorne weg. Mach dich da vorne weg. Schon wieder am Blitz! Ich will doch nur 1-erster werden hier. Oh, danke. Oh, das ist mein Platz. Baby Peach, aus. Mein Platz. Auch der Mond ist cool. Okay, es ist auch so ein bisschen mein Bike geschuldet. Das lässt sich extrem schlecht steuern. Oh, wenn ich da jetzt nochmal runtergefallen. Daher, die Kurve eben, wo ich gerade runtergefallen bin, die ist nicht schlimm. Das war nur wegen meinem Bike. So, wir wollen jetzt hier vorne bleiben. Baby Peach ist wieder um. Wie stehen wir eigentlich insgesamt aktuell? Ich glaube, wir sind aktuell 1. Von der Gesamtpunktzahl her. Aber ich würde trotzdem gerne hier auch den 1. Platz mit rausnehmen. In der Fakebox kann ich nicht so viel anfangen. Na, hallo Steinblock. Und dann diese blöde Beschleunigung. Ich fahre nie wieder mit meinem Mi. War doch klar, dass ich dagegen stoße. Wo ist das Ziel da hinten? Gibt es nochmal Items? Bestimmt nicht. Das war es mit meinem ersten Platz. Auch mit der Gesamtpunktzahl. Erster Platz war es das. Oh, ich habe noch ein Item bekommen. Komm, Goldpilz. Baby Peach war da. Baby Peach ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber... Irgendwie scheint da eine Stelle zu sein, die die Computergegner nicht mögen. Ja, insgesamt noch erster, ein Glück. Dann doch noch. Nee, zweiter. Okay, okay. Naja. Naja. Gut. Der Steinpilz Cup Part 22. Hat von mir eine 2... Also Melody, Danktum, um genau zu sein. Hat von mir eine 2 plus bekommen. Waren sich eine schöne Strecke. Äh, paar kleine Details waren... Ah, war, 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 solide. Sagen wir es mal so. Mal gucken, ob sie jetzt eine Änderung bekommen hat oder nicht. Ist ja eigentlich eine letzte Version. Ja, gucken wir mal. Daher gucken wir mal. Äh, okay, ich sehe jetzt keine Änderungen. Aber, nee, das sind keine Änderungen. Nee, nee, ich sehe keine. Alles klar, dann fahren wir sie. Dann fahren wir sie. Und das Schöne ist, die neue Strecke, die wir dann gleich im Anschluss noch fahren, die befindet sich im selben Cup. Die ist nämlich gleich die Strecke danach. Was ich sehr, sehr schön finde fürs Suchen. Brauche ich nicht so ewig suchen. Weil das Suchen, das dauert manchmal wirklich ewige Minuten. Weil, 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 weil... Ja. Aua. Äh, manchmal übersehe ich die Strecken bei den ganzen Cups. Und dann suche ich 2, 3 Runden, bis ich die dann endlich gefunden habe. Ist schon immer so ein bisschen ätzend, aber egal. Egal. So, Bowser. Äh, ja genau, Bowser. Mach dich dann mal weg. Ich muss erster Platz werden. Kann nicht sein, dass ich mal wieder einen Silberpokal oder schlechter kriege hier. Ich will einen Goldpokal mit nach Hause nehmen. Ah, jetzt geht's hier runter. Es gab irgendwo eine Stelle, wo ich so ein bisschen gerne ein Klavier in 3D gesehen hätte. Statt irgendwie 2D auf dem Boden. War jetzt hier aber nicht. Es gab auch noch eine andere Stelle, die ich auch nicht optisch nicht so schön fand. Die kommt, glaube ich, da hinten. Da war irgendwie der Boden richtig dolle verschwommen. Vielleicht wurde das gefixt? Nee, leider nicht. Hier. Das sollten vielleicht Noten darstellen. Auf dem Boden. Aber man kann halt gar nichts erkennen. Das ist halt, ja, keine Ahnung, was das darstellen soll. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. So, stehe ich hier dran vorbei. Aber ich mag die ganzen Musikinstrumente und die Musikanlehnungen. Auch hier die Noten, die so als Steinblöcke so runterfallen. War nicht schlecht. So. Hier hätte man irgendwie Pilze draus machen können, dass man da mit Pilzen arbeitet, dass man so hoch springt. Aber hat man nicht getan. Also, klar, gut, dann. Und so. Da jetzt könnte es eine Abkürzung geben. Warte, gibt es auf der anderen Seite auch eine Öffnung? Ja, das ist eine Abkürzung da. Okay, alles klar. Nice. Hat auch nur zwei Runden die Strecke. War mir gar nicht jetzt so bewusst. Irgendwo gab es hier, war das das hier, wo ich sagte, das sollte vielleicht lieber 3D sein? Ich weiß es nicht. Hier, hier, das hier, das hätte, das hätte in 3D noch besser ausgesehen. So wie auf der Instrumentalpiste, so 3D-mäßig, meine ich. So, ich höre kein Sound mehr, weil mein Headset alle ist. Das finde ich jetzt nicht so schön. Und ich habe dann auch noch einen Stream zu machen, ey. Mal wieder vergessen, Headset aufzuladen. Ist doch typisch, ich. Nein, und jetzt kommt da noch ein Stachipanzer. War es das mit meinem ersten Platz? Jetzt geht es hier auch berghoch. Komm, komm. Fahr, 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 fahr. Okay, sehr schön. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht am Ziel. Ich brauche erstmal ein Item. Nie wieder nie mit, äh, nie, äh, mit diesem Bike hier. Nee, nee, nee. So, Abwehr. Dann abwehren. Ja, da kommt schon mehr, Roter Panzer. Da kommt der schon. Kein Stachipanzer kommt jetzt auf den letzten Metern. Hast du es noch? Ja, Strecke bleibt so. Also von der Bewertung her. Weil ich jetzt auch keine Niederung sehe. Genau. Genau. Gut. Dann bin ich jetzt bereit für die neue Strecke. Und dass ich meinen Ton wieder mache. Das wäre auch schön. So, erster Platz schon mal. Sehr, sehr gut. Und dann. Let's go. Also, ich habe ja schon viele Strecken hinterher getrauert, die entfernt wurden. Aber der Schmerz war noch nie so groß wie jetzt. Denn Varius Galeonfrag, Remake von Mario Kart 7, wurde entfernt. Dafür kam Musical Cliff rein. Varius Galeonfrag hat von mir eine 1 bekommen. Es gab so eine doofe Stelle mit einer Röhre, wo man so ein bisschen teleportiert wurde. Es war nicht so schön gelöst. Aber sonst, der Rest hat alles perfekt gepasst. Und schade, dass die rausgenommen wurde. Richtig, richtig schade. Weil es war so eine schöne Strecke. Und ich... Ihr müsst wissen, Varius Galeonfrag von Mario Kart 7 ist meine Lieblingsstrecke von allen Mario Karts. Von allen. Da ja. Ja, gut. Oh, ist die geil. Ist die geil. Und dann kann man hier auch schön durchs Wasser fahren. Da hat man ja damals schön noch die neuen Funktionen, dieses Tauchen, erfahren. Ja, moin. Hier ein paar Fishbones. Nice. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Dass das so ruckartig gemacht wird. Das hätte man besser machen können. Kleiner Kritikpunkt halt, dass... Man... Bei der einen Röhe so herunggeschleudert wird. Da ja, Musical Cliff. Ich hoffe, du warst deswegen ins Wert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich weiß es nicht. Und was Musikalisches auf jeden Fall wieder. Und was Musikalisches. Übrigens, Ton habe ich jetzt auch wieder. Okay. Es sieht schon mal optisch sehr, sehr schön aus. Da habe ich gerade im Hintergrund so eine kleine Note gesehen, die so hoch springt. Das war sehr, sehr schön. Da rechts gerade auch wieder. Okay. Und hier, hier. Mit den... Mit den... Ich weiß jetzt nicht, wie das Instrument heißt. Da links und rechts das. Ist das eine Harfe? Nee, Harfe ist viel kleiner. Oh, wie heißt denn das? Ich wusste es mal. Kontrapass? Ich weiß nicht. Ey, die Dinger sind ja cool. Was ist das? Das sind kleine Trommeln. Okay. Mega schön gemacht. Auch hier so eine Sonnenuntergangsstimmung. Und da im Hintergrund diese Moten. Sehr cool. Ja, diese Fischer, diese kleinen Trommeln sind eigentlich Gumbas, die umgebaut wurden hierfür. Oh, Bienen? Nee, das sind keine Glocken. Sind das kleine Glocken sein? Ich glaube, das sind kleine Glocken oder so. Kann ich jetzt nicht so genau erkennen. Okay. Abwechslungsreich ist sie. Auf jeden Fall. Und da hinten das Pilzkönigreich mit einer riesigen Trompete. Und aus der Trompete kommen auch Noten raus. Nee, da kommen diese Feuerbälle raus. Achso, und Noten. Ey, cool. Ja, ich muss sagen, diese Strecke, die hat jetzt wirklich drauf. Also, gut. Schade, als ob die Rallyonenverkaufs ist. Aber dafür kam eine sehr, 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 sehr gute Strecke rein. Da bin ich mir sicher, dass das eine Einsplus hier ist. Und da brauche ich dich länger drüber überlegen, weil es sind viele Custom-Elemente mit dabei. Es sieht grafisch halt sehr, sehr schön aus. Abwechslungsreich ist sie, weil es gibt so viele Passagen hier. Und da haben wir hier auch die Höhle, wo man da jetzt auch so ein bisschen durchgucken kann. Auch ganz nice. Leer ist da auch kein Fall, weil es gibt ganz viele verschiedene Gegner. Sei es die kleinen Trommeln, sei es die Glocken oder Bienen oder was das auch immer ist. Oder hier auch Abkürzungen sind mit enthalten. Schöne Details mit dabei. Sehr, sehr schön. Übrigens, was ich auch noch sagen wollte, die Strecke, die wir zuvor gefahren sind. Eine Änderung gibt es doch. Und zwar hatte die Strecke nur zwei Runden. Im Originalen hatte sie drei Runden. Also vor dem Update. Das ist wahrscheinlich das, warum die geupdatet wurde. Wollte ich noch sagen, genau. So, wie heißt denn das Instrument? Kontrabass. Ich denke andauernd an Kontrabass. Ne, Kontrabass ist es nicht. Das ist kein Kontrabass. Kontrabass ist so, ist so eine riesige, ich sag mal Gitarre. Bassgitarre. So eine riesige. Das ist Kontrabass. Ah, wie heißt denn das? Keine Ahnung. So, Mario ist da vorne. Ich glaube, wenn ich Zweiter bin, dann bin ich insgesamt immer noch Erster von der Gesamtbewertung. Aber ich will es nicht riskieren. Bedeutet, ich möchte noch Erster werden. Aber wiederum fahre ich gerade so schlecht. Das gibt es gar nicht. Komm, komm. Ah, mit dem Panzer wird das nichts. Und wenn ich sowieso in jede Scheiße hier reinfahre, dann wird das jetzt recht nichts. Wo ist denn das Ziel da hinten? Oh no. Nein, 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 nein. Das ist mein Fehler. Ich kann jetzt nicht mal Mario Kart dafür die Schuld in die Schuhe schieben. Das war es mit meinem Goldpokal. Obwohl, auch wenn ich jetzt hier ein gutes Item noch kriege. Kürze. Das war es mit meinem Goldpokal. Nee, das war es. Okay. Oh, Baby Peach ist auch da vor mir. Nie wieder me. Nie wieder me. Zweiter Platz. Mario war dann mein größter Gegner tatsächlich. Dann am Ende noch. Okay, na gut. Na gut. Dann ist es so. Es war trotzdem eine sehr schöne letzte Strecke. Und im nächsten Part kommt dann das Weihnachtsupdate. Worauf ich mich richtig, richtig tolle freue. Ich hoffe, ihr auch. Letzt gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020